Wir haben das Montana Herbal Gathering verlassen, waren wunderbare Leute dort und dann sind wir durch Montana, haben in Tipi übernachtet. Die Crew war leider durch die große Anstrengung des Filmens ein bisschen krank. Da haben wir einen Kräutertee gekocht mit wunderbaren Kräutern, mit der Schafgabel zum Beispiel und anderem. Und jetzt geht es allen wieder gut. Wir sind durch herrliche Landschaften gefahren, haben Tiere gesehen und jetzt sind wir hier in den Titans. Wir haben einen herrlichen Sonnenaufgang heute früh erlebt und dieser Film kommt im Herbst heraus. Ich lade euch ein, mit dabei zu sein. Ganz herzlich lade ich euch ein, dass ihr das auch miterleben könnt. Shady Grove, my little love, Shady Grove, I say. She's the darling of my heart, but I'm bound to go away.